Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Heute mit dem Dual Commentary mit dem Tree Woody 25. Sage einfach mal Hallo. Wunderbar, schöne Waffenkombination. Ja, heute habe ich die M27 in meinen Wappenkopfer eingepackt, gespickt mit der FHJ. Leute, ich weiß, ich hätte die mal austauschen sollen. Hab's aber noch nicht gemacht, wird irgendwann mal kommen. Wir spielen jetzt auf der Map Slums Herrschaft. Digga, es ist Runde 1 von 1 und lass uns einfach mal hier eine Menge Spaß haben. So, bedanken möchte ich mich erstmal hier bei meinen ganzen Abonnenten. Ja, vielen Dank für das ganze Zugucken, Alter. Und ja, fürs Abonnieren nochmal. Herzlichen Dank. So. Also, wir wollen aber jetzt nicht einfach hier auf der Map rumlaufen. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie mein PSN-Freund hier spielt. Der Tree Woody 25. Und aus dem Grund, folgt mir einfach mal. Gehen wir einfach mal zu ihm hin. Ich folge dir jetzt einfach mal hinterher. Lauf einfach nach vorne. So, da vorne sind schon welche von einem Torbogen. Zweierabschuss hab ich gerissen. Komm, ich brauch noch einen einschossen, dann hab ich die Drohne, glaub ich. So, hat er wieder tot hier von Nexqueezy-Dududu. So. Und da ist er. Ja. Ja, ihr wisst vielleicht. Der KingMando96 hat mir geschrieben. Und zwar, ich hab mir einen Kommentar hinterlassen. Also erstmal, Leute, wer ist überhaupt KingMando96? Der hat dieses Abotreffen bei MidRambo gemacht, dem Hacker. Und ja, der regt sich ja immer die ganze Zeit auf. Und zwar regt er sich auf, weil, hey YouTube Gamescom, immer wenn ich meinen Namen eingebe, erscheinen deine Videos. Ja, da hab ich gesagt, ich hab dich als Tag benutzt, Digga. Und, jo, dann hat er mal ein Video, hat er wieder ein Video rausgehauen. Und dann hab ich mal geschrieben, Rambo hackt. Rambo spuckt auf den Boden. Rambo raucht vor seinen Abos. Und dann sind die ganzen Abos, auch von diesem KingMando und von Rambo, auf mich losgegangen. Und haben mir wirklich wirres Zeug geschrieben, ey, wenn du Rambo angreifst und ihn als Hacker beleidigst, dann bekommst du es mit uns zu tun. Was ist das gar nicht lange her? Das ist jetzt drei, vier Stunden her. Oh, Mamma Mia, Kinderkack ist das doch. So, jetzt wollte ich einfach mal loswerden hier von der Seele. Und wir haben noch zwei Minuten elf auf dem Konto. Sieht alles gut aus hier? Guck, ist sicher, wisse Zähigkeit hab ich dabei. Das andere Perk ist leider schon weg. Wer folgt mir denn da die ganze Zeit ab? Du bist ja noch da, du hörst mich ja, oder? Ja. Ah, gut. Ich bin kurz an der Arbeit, ich bin weg. Am Arbeiten, das ist immer gut. Hier ein paar Kills machen. Oh, Digga, ich hast 42 Level. Man muss noch ein bisschen zocken hier, um am Ende Level 51 zu sein. Wenn hätte ich Level 52 sein, ihr wisst, äh, 51 sein, damit ich die Buchstaben endlich freischalte. Hat man ja am Anfang noch nicht, muss man sich erstmal ein bisschen hochkämpfen. Aber das dauert hier so ewig. Ne MW2, MW3, dann ging's deutlich schneller, fand ich. Und hier muss man wirklich kämpfen. Klar, aus dem Grund hacken ja auch so viele hier. So, Leute, wie viele Sekunden haben wir noch? Eine Minute noch? Na gut, eine gute Minute auf jeden Fall. 85 zu 44 steht's, Leute. Das ist eine gute, gute Quote auf jeden Fall. Triwudi ist ganz oben an der Spitze. Auf die Beine! Wie lange hast du schon Call of Duty? Triwudi, wie lange hast du das Spiel schon? Das Spiel, ja, eine Woche ist halt eben rausgekommen. Also, ja, ich hab's auch noch nicht so lang. Also, du hast ja schon länger, aber ich hab's noch nicht so lang. Ja, ich hab aber auch am Anfang schlechte Erfahrungen gemacht damit. Ja, erzähl mal. Ja, also, ne, mal. So. Das sieht nicht gut aus, schau. Ja. Ja, am Anfang, als ich das Spiel zum ersten Mal gespült habe, dachte ich, oh shit. Ne, ne, es war nicht das Spiel, es war der Trailer. Als der Trailer rausgekommen ist, dachte ich mir, oh je, was ist denn das? Es gab überall schlechte Bewertungen. Aber jeder, der das Spiel auf YouTube gesehen hat und schlecht bewertet hat, hat sich das Spiel doch im Endeffekt doch gekauft und spielt's heute trotzdem. Sieger zielt, Digga, so macht man das. 113 zu 57, Spielbonus 1200 dp, haben wir rausgehauen, Leute. Ja, wir sagen ciao, Triwudi 25 und neue YouTube Gamescom. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Haut rein. Let's die Killcam hier. Let's go. Sehr schön.